Hau ab, lasst mich in Ruhe! Hau ab! Gehen Sie vernünftig und schicken die Kinder nach Hause! Wir werden die Stellung halten bis zum letzten Mann! Und welche Stellung soll das sein? Das ist keine Stellung, das ist eine Falle! Die Russen werden euch von zwei Seiten in die Zange nehmen und ihr könnt noch nicht mal wegrennen! Wir werden zurückschießen! Mit was denn? Wir benutzen die Flak als Artillerie! Die Russen sind mit mehreren Armeen im Anmarsch, mit Panzern und schwerer Artillerie! Ihr glaubt doch nicht im Ernst, ihr könntet diesen Sturm auch nur für fünf Minuten aufhalten! Wir haben es dem Führer geschworen! Habt ihr denn noch immer nicht begriffen? Der Krieg ist verloren, es ist zu Ende! Ah, Feigling! Haut ab! Jetzt! Wenn die Russen kommen und ihr seid noch da, geht ihr alle drauf! Auf!